Wenn ich die Flammen zur Verfügung habe, ist das ja alles no problem. Aber, 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 aber... Oh, shit. Voll vergessen. So. Ich habe die Klippe geschickt. Ups, so. 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 So, jetzt muss ich da runter. So. 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 Also, das Interessante ist ja, er verschwindet einfach. Vielleicht kann ich dafür sorgen, dass nicht ich, sondern das andere Viech dort hineingesaugt wird. So, wobei ich kann ja eigentlich gefahrlos hier drin vorbeilaufen. Eventuell brauche ich es nicht nochmal. Auch das haben wir jetzt geschafft! Postegeberge Nummer 7, wir kommen! Ups, Fall hineingesprungen. Scheiße! Ah, nicht schnell genug gescheitert für den Kack. Ich kann mich ja nicht verfreulichern, sobald ich viel hier drüben habe. Ich kann mich ja nicht verfreulichern, sobald ich viel hier drüben habe. Ich bin jetzt zurück. K, aber nicht alles zurecht. Ich bin jetzt auswählter Tschüss. Ach, Mist. Hier kann ich nur Grün als Farb benutzen. Hier kann ich nur, oder? Und Roh. Nee. Braun. Gelb. Gelb kann ich auch benutzen, aber... Gelb wird mir hier nicht benutzen. Muss ich etwa von hier die Sprungenergie mitnehmen? So, das hat ja geklappt. Das war einfach zur Sicherheit wahrscheinlich. Hey, das Gebiet geschafft. Das Gebiet war ja gar nicht so schwer. Auf zu Nummer 8. Hier werden wir nicht am Anfang verfolgt. Ich muss kalt. So, So. Ha. Geschafft. Bist. Chanst. So. Steuert bei uns. tighter. Du bist bochst. Ach. Ich hab Elektrizität und Feuer hier. Dafür krieg ich's auch einen Steamerfolg. Gut, nächster Checkpoint. Hmm. Ja, das geht. Vom Timing her ist das möglich. Ich muss aber viel später springen. Ganz knapp. Mist. Ach, das haben wir geschafft. Okay, dann kommt jetzt das Finale der frostigen Berge. Nee, nee, das war zu knapp. Oh. Okay. 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 Jetzt habe ich eine Idee. Ich könnte ja. Also, im Ansatz gut. Und in der Ausführung voll verpeilt. Voll verpeilt. Oh, ich hab gerade vergessen, dass ich hier nur die ganze Zeit habe. Ich werde da wirklich das Maximum raus holen. Hä? Ah. Der Anfang muss stimmen. Ja, der passt. Ah, Mist. Auf ne Stachel aufgekommen. Also, ich werde einfach meine Maus hier gedrückt halten. Egal, wie störend das jetzt ist. Egal, wie störend das jetzt ist. Mist. Ach komm schon, ich will hier nicht ewig festdenken, die Zuschauer wollen was sehen. Oh, boah. Eventuell würde es einfacher gehen, wenn ich einfach gerade aussprgehen würde. Ohne in irgendeine andere richtung lenken zu müssen. Was? 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 Zur Hölle! Dann nach links bin ich nicht gesprungen, das könnt ihr mir glauben. Oh. 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 Komm, 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 komm. Och. Jetzt. Ja, es ist Klapplos. Ja, es ist Klapplos. Geschafft. Oh, ein großer, bunter Knopf, auf den ich nicht drücken darf. Witz. Nee, auch nicht. Witzig, nicht auf so große Knöpfe drücken zu dürfen. Nee, ich muss, ich glaube, ich kann den überspringen, sozusagen. So, natürlich nicht erfolgreich. So, und welche Knopfdruck jetzt? Feuer, Feuer, Feuer. Ui, geschafft. Ins Licht! Es ist eine Falle! Nee, doch nicht. Glückhaft. Gut. Hey, dann hätten wir die frostigen Berge komplett geschafft. Ist das nicht cool? I'm blue. Ups, schwelen. Dann gäbe es jetzt den lebendigen Wald, oder der lebendige Wald. Oder lebendiger Wald, einfach nur so. Gut. Aber ich bedanke mich soweit auf jeden Fall fürs Zusehen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir machen uns dann das, das ist die ganzema миллигеig多. So.